Pyramide und der Eli Peli ist auch dabei. Let's go! Für Kessem, euer Liga-Insider. Heute ist Thanksgiving, deswegen starten heute die NFL-Games schon earlier. Und ich möchte Thanksgiving auch nutzen, um Danke zu sagen. Danke an meinen Co-Host, Tobi, der war auch wieder dabei, hat mit mir eine schicke Pyramide gerankt. Und wenn euch die gefällt, dann pusht gerne das Format und damit gehen wir rein in die Folge. Tobi, was los? Ich war kurz weg, wie? Ist schon ein Jahr her, fühlt sich an, als ob ich gerade noch im Kreißsaal wäre. Und er war auch im Kreißsaal, mit der Kreissägeführerich und hat alles zerschnitten. Außer dem Casey Rebillbanger, Daddy ist weg. Ich grüße dich, Tobi, was geht ab? Was geht, was geht? Ey, erst mal krasses Wochenende gewesen und ich habe ein bisschen, ich habe ein Déjà-vu-Kessem. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal gehört, die Woche hier. Ja, wir haben versucht, am Dienstag schon zu recorden. Da gab es einen kleinen technischen Defekt und dann hat sich noch die Internetleitung, hat sich auch noch zu Wort gemeldet. Die hat dann die Tür quasi zugemacht, deswegen musste ich da nochmal, musste da der Techniker nochmal ran. Aber jetzt läuft alles blendend, mein Bester. So sieht es aus. Und du hörst dich gut an, ne? Was habe ich? Super, du hörst dich gut an. Ey, mir geht es blendend. Ich schwöre, mir geht es super. Ich habe auch Bock. Ich glaube, heute, also letztes Mal waren ja Stürmer dran und da haben wir schon vorher gesagt, okay, das wird, glaube ich, obenrum recht einheitlich und untenrum relativ lame. Heute wird es abgehen, Kessem, bin ich mir ganz sicher. Also ich glaube, die Verteidiger zu ranken, wird wirklich schwierig. Da werden viele, viele Hot Takes dabei sein und ich habe richtig Bock auf die Pyramide. Das ist gut, dass du Bock hast. Dem brauchst du auch, um da heute an mir vorbeizukommen. Das ist ganz wichtig. Kein Problem. Ich bin heute in Fels, in der Tobi-Brandung. Und eine Line aus dem Casey-Rebel-Track war auch, die Headtricks sind wieder lupenrein. Und wir hatten gefordert, dass die Stürmer wieder treffen. Und wir haben Schick und Kane direkt mal hier mit dem Dreierpack bestätigt bekommen. Aus der letzten Folge, richtig gut. Ja, Guide is back. Challenge ist niedergestreckt, hatte ich notiert. Du hast ja da sehr abgeräumt, auch sogar in deiner eigenen Challenge. Ich bin heute im NFL-Modus. Heute ist Thanksgiving. Ich grüß mal alle NFL-Brudis. Schreibt mal gerne hier ein bisschen was in die Kommentare. Entsprechend habe ich natürlich Clothing heute an. Ich habe Tom Brady, die Legende, natürlich an. Und da wird heute der ein oder andere Quarterback-Pass. Fliegen, eine Sache noch vom letzten Mal. Ich habe dich getauft, Hausmeister Guido. Du weißt, ich bin umgezogen. Du weißt hoffentlich auch, wie mein neuer Hausmeister heißt. Ja, das ist so krass. Jetzt weiß ich es ja schon, aber am Dienstag hast du das schon gedroppt. Und dann mache ich es so zum Spaß. Ich wollte zuerst Tobi sagen, dann dachte ich, ja komm, für den Joke sagst du Guido. Und dann macht Kessem einfach, jo, ist richtig. Wahnsinn. Ich grüße mal ganz lieb, Guido. Bester Mann. Mein Mann hier. Er hat die Heizungshore wieder frisch gemacht. Let's go. Lieben Gruß an meinen Hausmeister. So, Tobi, du warst essen. Flammkuchen habe ich gehört. Und es gab noch Oreo-Stritzel. Bist du auch hungrig auf deine Spieler? Das ist noch meine Fun-Frage. Dann können wir gleich reingehen. Kessem, heute habe ich Bock. Heute werde ich mich durchsetzen. Ich bin kein dominanter Mensch, aber heute ist Time to Shine. Heute werde ich mich durchsetzen für meine Spieler. Ich stehe heute für meine Boys ein auf Ansage. Geil. Ich stehe auch für meine Boys ein. Die haben sich durchgesetzt in der Kommentar-Section. Da haben wir einmal Inspektor Frippe. Der hat sich wieder gemeldet. War echt schwer diesmal. Ich finde aber, dass unsere Batman-Robin-Kombo das gut gemacht hat. Da auf jeden Fall Gruß an dich. Tobi, wärst du eher Batman oder Robin? Ich stehe mich eher bei Robin. Passend jetzt nicht dazu, dass ich eben gesagt habe, heute bin ich der dominante Typ. Aber ich bin nicht der dominante Typ. Deswegen darfst du gerne Batman sein. Und ich bin dein Handlanger. Sag mir, was ich machen soll. Ich mache es gern. Batman passt auch. Ich habe auch hier meinen Umhang. Und ich fliege ja heute wie die NFL-Bälle. Und dann haben wir Linus. Minus. J7K. Sick name, Bro. Sehr gut. Auch nicht abgesprochen. No hate. Aber ich finde, Kessim kann besser rappen als Tobi ranken. Da war ich schon am Dienstag entsetzt. Das ist eine Frechheit hier. Ich meine, Kessim ist auch ein krasser Rapper. Aber ich meine, so schlecht rankt jetzt hoffentlich auch nicht hier. Gut, lass dich mal dahingestellt. Dann haben wir Holt mal Bier 3829 mit einem konstruktiven Einwurf. Darauf stehe ich ja. Wie ja. Alle Kreise so groß wie Keyplayer machen. Damit unten, falls wieder genau plus 5 in den Klammern abgehen, dass wir da entsprechend das einheitlicher ist. Letztes Mal waren die Nummer 6 und 7 noch mal ein bisschen weiter unten geparkt. Und richtig cool. Da gehe ich auch noch mal in die Grafik. Ich hoffe natürlich, dass wir heute nicht so viele in den Klammern haben. Aber sollte das der Fall sein, rufe ich noch mal da den Grafikmann des Vertrauens an. Ich glaube, wir werden richtig viele in den Klammern haben. Ich glaube, das wird sehr wild heute. Aber ich bin gespannt. Hau ab, Mann. Geh weg. So. Ich schließe das Kommentarfeld mit meinem Bruder aus der Dauerkarte. Das ist, jetzt hau ich hier das Mikro fast weg, Wave the Breaker. Und er sagt, Gladbach mit 8 Punkten aus 4 Spielen, 4 Mal mit Player als ZOM wie Kramaric. Daher weniger Scorer. Aber da zu sagen, Form passt nicht mit 2 Scorern. Sorry, Tobi. Bad Call. War kein Bad Call. Weil wir haben die letzten 3 Spiele berechnet. Nicht das eine Spiel. Das heißt, er hat 3 Spiele 1 Scorer und hat scheiße gespielt in 2 von denen. Ah, war kein Bad Call. Am Wochenende war er aber gut. Da hat Tobi mir das Herz gebrochen. In alter Toni Braxton-Manier. Und ja, mein Bester. Wir sind heute wieder stabil unterwegs. Du weißt es. Wir hatten Dienstag schon aufgenommen. Und jetzt haben wir quasi Double Power. Jetzt geht's ab. Und wir gehen rein, mein Bester. Aber Disclaimer, wir haben noch nichts gehört. Also wir waren genau an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Das heißt, was ab jetzt passiert, wissen wir noch nicht. Nur den Anfangsteil kannten wir schon. Okay. Ich weiß nur, dass meine Maschinen straight in die Pyramide wandern. Hell yeah. Und wir starten rein in die Pyramide. Wir reden wieder über die aktuellen Abwehrmonster und Flankentanks, so habe ich sie mal getauft, in der Bundesliga und über die Formpyramide. Die verfügen aktuell über die beste Form, das aktuell beste Momentum. Und du kennst es, Tobi. Wir haben den Keyplayer. Du bist das Spieler des Teams. Elite, Keyplayer. Bin richtig gut. Und Weltklasse, die Gegner bekommen Angst und Legende, Magnet, überall. Vielleicht kriegen wir das ja sogar mal hin, dass ich den Position sag oder den Tier sag und du sagst dann, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht mal fürs nächste Mal. Okay, Tier. Sehr gut. Am Ende veredeln wir das durch Hausmeister Guido, unseren Mann pro Reihe. Und Besonderheit, die Liste gab es vor vier Wochen. Ich habe sie mir auch noch mal hier aufgeschrieben. Ich habe sie auch noch auf. Deswegen nochmal Service für alle. Yes, Sir. Deswegen Service für alle, die gerade reinschauen. Da seht ihr nochmal, wie wir das letzte Mal gerankt haben. Deswegen arbeiten wir wieder heute mit Pfeilen nach oben, nach unten. Und ich habe heute, ich operiere heute sogar mit Werkzeugen. Ich habe meinen Alley Pally Finger mitgenommen. Das heißt, wenn ich einen Spieler hochhaben will, dann hole ich hier den Alley Pally Finger raus. Und für den Checkout habe ich mir auch noch den KG10 Voucher Code notiert. Also ich bin heute gut ausgestattet. Wunderbar. Nice. Und dann würde ich sagen, übergebe ich dir mal den Schlüssel. Let's go. Oh, ich habe Bock. Ich fange nicht an mit den Hot Takes, sondern ich gehe mal mit einem rein, wo ich mir einen Sticht erwarte oder mir vorstellen kann. Ich glaube, du hast ihn mal den Tabso Boss genannt. Und der Name ist einfach Programm. Denn Edmund Tabsoba ist eine absolute Maschine. Ich finde, er steht auch so ein bisschen gerade für den Aufsprung, der bei Leverkusen passiert. Und ich finde, er macht da einen geilen Job zusammen mit Tart zusammen. Finde sogar, dass er aktuell der formstabilste fast ist. Und deswegen Tabsoba bei mir in den Keyplayern mit dabei. Das ist für mich ja schon fast der erste Hot Take hier. Ist die erste Klammer. Das ist krass. Du machst quasi das True, was du schon vor der Folge gesagt hast. Wir werden weit auseinander liegen. Ja, da fliegt schon. Ich habe gesehen, Tabso Boss, was gefällt mir auch gerade, was ich da auch sehe, er zieht auch mal einen Shot ab aus der zweiten Reihe. Das finde ich auch sehr geil. Das gibt natürlich auch viele Points, in den Manager spielen und gute Boxpräsenz da auch offensiv. Also, ist schon mal notiert und finde ich mal gar nicht so edgy. Finde ich einen richtig guten Call von dir. Da haben wir vielleicht Lob vorweg. Okay. Okay, okay. Ich bin gespannt. Ich sage, heute wird Vogelwild, Kessim. Heute kannst du doppelte Schichtediting einplanen. Wirklich. Hau ab. So, ich gehe rein mit Rami Benzebaini. Stammspieler wie Benzema. Rolle im Benzebaini, bruh. Ja, bruh. In der Challenge habe ich ihn verpasst. Aber er hat Freiburg gleich mal zwei Assists verpasst. Pässe ganz clean angebracht. Also, so wie auch da gegen Freiburg für mich auch ein Breakout-Game. Ich feiere den generell. Hatte da drei wichtige Pässe. Hatte gute Tackles. Gute Touches. Auch viele Touches. Gute Zweikämpfe. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, der kommt wieder in seinen Vintage-Gladbach-Modus. Deswegen, Vintage Benze. Tobi fliegt wie Gänse. Oh, nee. Geht das jetzt wieder los? Mit den Vorhautwitzen. Hast du ihn drin? Ja, habe ich auch drin. Sticht. Bei Keyplayer ebenfalls. Ich liebe Benzebaini. Also, ich weiß, dass er jetzt gerade erst so richtig an Form zugewinnt. Aber ich meine, die Most Recent Pass, die nehmen wir immer so ein bisschen mehr rein, als das, was schon ein bisschen länger her ist. Und er sind gerade extrem gut an Form mit. Und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich bin Benze-Fanboy. Also, ich muss den hier auch mit reinpacken, wenn ich die Möglichkeit habe. Deswegen bei mir auch im Keyplayer mit dabei. Ich sage direkt, es war für mich ein 50-50 mit Nico Schlotterbeck, den ich am Ende dafür dann nicht reingepackt habe. Bin ich mal gespannt, ob der bei dir noch auftauchen wird. Du bist immer ein Mann der Namen in der Pyramide. Du nimmst gerne jemanden rein. Aber ich habe heute ein paar kleinere Leute dabei und ich habe da richtig Bock drauf. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch ein paar kleinere Namen im Kopf gehabt, habe die aber nicht mitgenommen. Vielleicht sticht da der eine oder andere raus bei dir. Okay, ich mache mal weiter mit einem, den ich auf jeden Fall drin haben will. Egal, ob du willst oder nicht. Anthony Cassie. Back-to-back Assists. Geile Spiele gemacht. Auch generell der Assist, der eine Volley-Assist war. Gut, auch im letzten Spiel finde ich einen der besten Spieler auf dem Platz gewesen. Von mir gecallt. Kann ich mir selber auf die Schulter klopfen hier. Nein, Cassie ist ein geiler Spieler. Macht es gerade sehr, sehr gut und gehört für mich definitiv in die Keyplayer-Aktur mit rein. Ist in den Klammern. Nein. Ich gehe jetzt direkt mal weiter mit Nico Williams-Schlotterbeck. 96% Pässe gegen SC, 89% gegen Mainz und Zweikämpfe da auch brutal unterwegs gewesen. 80% Luftkämpfe prozentual aktuell auf die Eins marschiert. Also absoluter Boss, der da. Und wir müssen Nico Schlotterbeck reinbekommen. Gegen RB habe ich mir auch nochmal angeguckt. Top-Game gegen Open da. Der hat er komplett abgemeldet. Deswegen Nico mit dem Kiyo. Ich hatte ihn auch drin, aber dann Benze und er waren für mich 50-50. Und dann hast du Benze gesagt, dann habe ich ihn rausgeworfen. Aber ich will, also... Das ist ja wieder knobelig. Eher als Cassie? Beide. Also Cassie größer, Schlotterbeck und Benze war eh nie. 100%. 100%. Noch Cassie größer? Ja, ja, 100%. Als Nico? Nein, 100% nein. Bro, was soll der denn mehr machen? Der hat ein Back-to-Back-Assist gemacht. Und hat geile Spiele hingelegt. Der spielt so gut. Hast du die Main-Spiele gesehen, Bro? Habe ich mir angeguckt? Hast du dir die Dortmund-Spiele angeguckt? Habe ich auch gesehen, ja. Bro, Nico ist einfach der Man, Mann. Ja, dann schmeiß mir Benze raus. Cassie bleibt hier drin. Junge, Benze doppel Assist geliefert letzte Woche. Kann ich doch nicht rausgeben. Ja, ein Spiel. Die anderen Spiele waren ein bisschen meh. Und Cassie hat es in zwei Spielen gezeigt. Und war zweimal mit einer der besten Spiele auf dem Platz. Benze macht in einem Spiel das, wofür Cassie zwei Spiele braucht. Jetzt kommst du. Ja, und in den anderen zwei Spielen ist er geghostet. Und Cassie war deutlich konstanter und besser. Das wird eine heikle Nummer. Ich merke das schon. Wir loggen mal direkt, würde ich sagen, Nico ein. Also Benze sticht, haben wir ja schon drin. Ja, warte. Nee, nee, nee. Das wird nicht funktionieren. Wir können schlotte sticht machen. Da muss Benze aber in die Klammern. Weil ich will Cassie hier drin haben. Nee, Benze ist schon gestochen. Da mache ich gar nichts mit dem Editing. Dann ist Cassie aber auch gelockt. Den nehme ich hier nicht raus. Das kannst du vergessen. Mach du, Esma. Wir hören uns alle an. Komm. Ich habe noch Rafa Guerreiro im Gepäck vom FC Bayern. Fällt für mich einfach so ein bisschen ab. Ist trotzdem der aktuell, also der Rechtsverteidiger in der besten Mannschaft und besten Verteidigung der Bundesliga, finde ich. Macht da einen geilen Job. Gutes Interplay. Geiler Mann. Was soll ich groß zu Rafa sagen? Einfach ballsicher ohne Ende. Geile Spiele gemacht. Rafa gehört für mich auch in die Keyplayer mit rein. Hatte ich erst notiert. Dann habe ich mir aber auch nochmal angeguckt. Das wird so weh. Der ist da nicht outshining. Ja. Sag ich dir auch ehrlich, wie es ist. Profitiert hart vom Zu-Null-Bonus der Bayern. Und das reicht hier für mich nicht auf Keyplay. Das wird Vogelwild heute, Kessem. Ehrlich. Das wird Vogelwild. Ich hatte ihn aber auch erst notiert. Gebe ich dir. Und dann habe ich dazu geschrieben, macht halt nichts Spektakuläres. Deswegen nehme ich Smeet. Den haue ich nämlich direkt jetzt hinterher. Habe ich mir jetzt, ich habe mir einfach nochmal, ich habe nochmal jetzt einen anderen Fokus gerade auf ihn gelegt. Er macht das super gut. Er hat wenig Touches gehabt gegen Hoffenheim, aber physische Präsenz. Auf die achte ich natürlich auch. Er ist die Definition von Zweikampf. Ist auch noch ganz oben weiterhin im Ranking. Finde ich super gut. Und ohne Smeet steigt St. Pauli ab. Das ist auch so. Der hat einfach so einen krassen Impact. Der war, ich habe, du hast das Spiel auch gesehen, gegen Gladbach. Letztes Spiel, gefühlt war der für mich 80% des Spiels am Ball. Gerade zweite Hälfte, wo Gladbach sich auch zurückgezogen hat. Und deswegen Ted, Game, Smeet ist und meine Life Assurance hier auf Keyplayer. Du hast ihn nicht drin, ich packe ihn in den Klammern. Smeet hat wirklich nichts in dieser Pyramide aktuell zu suchen. Smeet ist einer der geilsten Innenverteidiger der Bundesliga. Du weißt auch, dass ich schon die ein oder andere Lobes hin mir geschwungen habe. Aber die letzten Spiele waren ja nicht gut. Der war einfach da. Das wird vorgewählt. Ich liebe es jetzt schon komplett. Okay, wir haben schon mal vier Spiele in den Klammern. Sehr nice. Mit Tabsoba, Kassi, Rafa und Smeet. Ich bringe da noch... Und Nico auch. Was? Fünf. Nico auch. Nee, den haben wir gelockt. Benso und Nico haben wir gelockt. Ah, geil. Okay, danke. Genau. Dann ist er gelockt. So bin ich es ein bisschen weniger editen musst. Guter Service. Wir haben ja beide ursprünglich drin, deswegen macht es Sinn, die zu locken. Nice. Mein fünfter und letzter Keyplayer hört auf den Namen Collins und kommt von der Eintracht aus Frankfurt. Let's go. Let's go. Geile Spiele gemacht. Was mir bei ihm extrem gut gefällt, ist seine Dynamik. Also der hat oftmals so, wo er dann einen kurzen Touch nimmt oder einen kurzen Doppelpass spielt und dann wirklich explosionsartig a la Frimpong in Dribblings und Sprints reingeht. Gefällt mir richtig, richtig gut. Macht einen geilen Job da und deswegen für mich auch verdient hier einen Keyplayer mit dabei. Gehe ich 100% mit. Geil. Mein Kollege Yasin, grüß dich mal ganz lieb, würde sagen, einer aus der Dirty Boys-Bande aus Frankfurt. Fand ich auch richtig geil. Ist eine richtige Definition von Büffel für mich aktuell. Da gab es so zwei, drei Momente, wo Bremen eigentlich durch war. Oh, der hat das so geil gemacht. Er war der letzte Mann. Ey. Brutal. Er schiebt einfach nur Körper. Brutal. So ganz routiniert abgeklärt. Ich habe mir nur aufgeschrieben, Ruhe, Kraft und Geilheit. Also Collins auf jeden Fall. Und Christensen, der muss sich ... Das wird gar nicht so leicht, ja. Das wird gar nicht so leicht. Also passt schon mal zur Jahreszeit. Warm anziehen und die Jacke im Winter steht, glaube ich, schon bereit für ihn. So. Nice. Dann haben wir dreimal sticht und wir haben zweimal ... Wir haben noch ein paar, ein, zwei, wir haben noch vier in Klammern. Genau. Yes. Hast du noch einen Keyplayer? Wollen wir übergehen auf Elite. Ich habe ... Ja, müssen wir auch noch gucken. Deswegen. Ich habe einen noch. Ja. Ich habe die Siracha-Flanke. Und sie fliegt. Maxi Mittelstädt. Du hast ihn wahrscheinlich auf Elite. Korrekt. Ich habe ihn als Keyplayer. Zweikampfquote. Mittlerweile ist er die sechs. Gefällt mir da super gut. Darunter auch Leverkusen und Frankfurt. Also auch keine Fahrkarten. Auch richtige Banger-Spiele dabei. Torschussvorlagen. Die 19. Flacht er gerade ein bisschen ab. Das ist so. Flanken angekommen. Warum ich ihn nur im Keyplayer sehe, Tobi. Genau. Hinhören. Gegen Bochum. Zwei von zwölf angebrachte Flanken. Und die kann Stagio. Da grüße ich auch noch mal in deinem Gamble-Video. Da hast du ihn ja auch drin gehabt. Und lange Pässe. Null von drei. Und gerade gegen Bochum habe ich da mehr Output von Maxi Mittelstädt erwartet. Deswegen. Ja. Habe ich ihn hier ein bisschen nach unten gedownt. Und die Siegboden pushen ihn. Aber ich push ihn down. Denn ich brauche Brown. Warte, was? Achso. Okay. Check ich ja. Das ist schon nichts gehört. Das heißt, du wirst wieder einen Spieler in Elite haben, den ich gar nicht dabei habe. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Ich habe Maxi wie gesagt, eine Elite. Hat sich für mich einfach so ein bisschen abgehoben. Ich finde trotzdem, dass er einfach geile Spiele gemacht hat. Für mich halt einfach wieder so der alte Maxi Mittelstädt ist, da geil in Form ist. Auch gerade die Synergie mit Führerich gefällt mir verdammt gut. Deswegen Elite. Ich wäre an sich aber auch offen, den runterzupacken. Deswegen müssen wir ihn auch in Klammern reinhauen. Und wir müssen erstmal gleich rausfinden, wer der Elite-Spieler ist, den du dabei hast, den ich gar nicht dabei habe. Das wird interessant. Sticht auf Keyplayer. Runter da. Nee, das funktioniert nicht. Also ehrlich nicht. Das wird nicht funktionieren. Weil du wirst ja noch einen bei Elite dabei haben, den ich gar nicht dabei habe. Das heißt, den müssen wir dann runterziehen auf Keyplayer. Und müssen gucken, ob wir das sonst irgendwie reinbekommen. Wir müssen hier, wie gesagt, das wird Vogelwild. Wir haben fünf in Klammern, mein Bester. Ab dem sechsten muss ich Grafik mal Bescheid sagen. Okay, ab dann müssen wir einsortieren, ob wir wollen oder nicht. Ja, eigentlich schon gerne vorher. Okay, wir machen ab jetzt. Ab jetzt darf keiner mehr in die Klammern. Wir müssen jetzt sortieren, falls einer nicht sticht. Finde ich gut. Finde ich gut. Gut. Dann wollen wir mit Elite weitermachen. Wir machen mit Elite weiter gerne. Möchtest du eröffnen? Ich kann gerne eröffnen mit jemandem, den wir letztes Mal hatten. Wir hatten ihn dabei. Ja, wir hatten ihn auch bei Keyplayer dabei. Und es ist der Zauberfuß, der jetzt auch gestern wieder per Freistoß getroffen hat. Alejandro Grimaldo. Habe ich bei Elite dabei. Kommt gerade wieder richtig gut in Form. Reicht für mich einfach nicht für Weltklasse. Macht aber einen richtig geilen Job. Und deswegen bei mir in Elite am Ende drin gelandet. Was soll ich dir sagen? Habe ich gar nicht in der Pyramide. Spaß. Habe ich natürlich auch drin. Ich sehe aber auch ein bisschen ... Ein bisschen Downfall. Ja. Gerade. Also er war für mich einer der Gamechanger des Teams. Irgendwie fühle ich das nicht mehr so krass. Was ich aber auch merke, er fightet gerade richtig krass für seine Form. Ja, finde ich auch. Dann habe ich mir noch den Spielstil von Leverkusen angeguckt. Habe ich auch in Kiel schon gesehen. Die operieren wenig, gerade mit hohen Flanken. Die machen gerade ganz viel Klein-Klein, also Flachpass. Und ich habe mir noch mal auch die Flanken angeguckt von ihm. Und zwei von sieben angebracht gegen Heidenheim, zwei von acht gegen Bochum. Der Expected Assist-Wert, der ist noch sehr hoch, weil auch seine Torschussvorlagen, da ist immer noch die zwei, das ist ein super Stat. Stark. Und genau, die zwei mit drei im Schnitt, richtig krass da. Und Krete Großchance auch immer noch Platz 20. Also finde ich super und mag hier gerne mit reinnehmen. Grimaldo sticht. Perfekt. Let's go. Guter Start, eine Elite. Dann machen wir weiter. Nice. Ich würde den Nebenmann direkt mitnehmen an die Hand hier. Zweikampf, bisschen down gegangen. Passquotes immer noch Elite wert. Jonathan Tarr, Platz 5 da. Luftkampf, die 12. Jakob hat auch gesagt am Montag. Und mit dir zusammen. Ihr habt auch so ein bisschen das Gefühl. Der baut ein bisschen ab. Das ist auch so mein Feeling gerade. Alleine wie Honsack da durchgeht am Wochenende. Bro, stell den Fuß da hin. Also der lässt ja wie Chaka und Jona, lässt er da wie Schuljungs stehen. Das ist aber trotzdem Big Boy Jona. Und deswegen, es geht trotzdem eins hoch. Wir hatten ihn auf Key Player. Ja, ich habe ihn auf Elite. Was soll ich dir sagen? Ja, ich habe ihn gar nicht dabei. Ich finde, Tarr spielt gerade keine gute Saison in den letzten drei Spielen. Auch wenn es punktemäßig natürlich durch das Volume, was Leverkusen hat, geil ist. Und auch wenn er geil in die Saison reingestartet ist. Und auch wenn er eigentlich ein Büffel ist. Es sind für mich genau diese kleinen Aktionen, die du gerade genannt hast. Die Aktionen gegen Honsack. Super oft so kleine Unkonzentriertheiten. Und ich finde, Tarr macht gerade nicht den Job, den er machen müsste, um Leverkusen auf ein anderes Level zu heben. Und wir können ihn natürlich trotzdem mit reinnehmen in die Key Player dann in dem Fall. Das wäre dann genau der Spieler, den ich eben angesprochen habe. Also ich bin jetzt nicht aus der Pyramide verbannen. Aber Elite ist er für mich auf keinen Fall. Ist ein fairer Point. Dann machen wir Tarr. Key Player. Eingelockt. Fällt mir. Okay, nice. Gefällt mir auch. Okay. Das heißt, wir haben immer noch dieselben 5 in Klammern. Und ich gehe mal weiter in Elite. Und vielleicht auch ein Hot Take? Ich weiß nicht. Kassem, ich stürze unsere Legende und schmeiße Willi Orban zwei Stufen nach unten auf Elite. Er hat zwar im letzten Spiel getroffen, aber Bro, der war so trash in dem Spiel. Das ist wirklich Wahnsinn. Gehen die TSG vier Tore zu kassieren. Ah, ah. Und das Ding bei Orban, er hat das alles so krass gemacht, weil eben die Defensive bei RB so krass gestanden hat. Und auch wenn er jetzt wieder getroffen hat, die Tore davor müssen wir raus eliminieren. Und unabhängig von dem Tor war er schlecht. Und die Spiele davor fand ich ihn auch nicht gut. Generell Leipzig gerade meiner Ansicht nach in einer wirklichen Abwärtsspirale. Und für die Weltklasse reicht es für mich auf gar keinen Fall. Und deswegen schmeiße ich ihn zwei runter in Elite. Weil das Einzige, was Willi Orban in den letzten drei Spielen gemacht hat, ist einmal einen eingeschoben. Und ansonsten einfach nur seinen Wasserbüffel schädeln, jeden Ball reinwerfen und Bälle rauszuklären. Aber ansonsten habe ich da nichts wirklich Positives gesehen. Deswegen Elite maximal bei mir. Du hast ihn wahrscheinlich in Weltklasse. Also, das ist jetzt der Moment, wo Hold My Beer jetzt seinen Punkt hat. Den müssen wir jetzt nämlich in die Klammern packen. Du hast ihn, dein Guess war richtig. Ich habe ihn natürlich in Weltklasse. Und Hold My Beer ist activated. Wir machen den sechsten Mann in die Klammern. Du hast eine Sache gesagt, weil die Defense so gut steht. Da muss ich dir aber auch eine Sache dazu sagen. Er ist die Defense. Geklärte Bälle gegen BVB, Bro. Aber Bro, das imprimst mich nicht. Ich finde einfach nur rausschädeln, das kann jeder. Das kann auch ein Kreisliga-Inverteidiger. Das check ich nicht. Nein, nein, brauchst du schon Timing. Was ich dir gebe, ist die No-Show gegen Hoffenheim. Du kannst dich vier Dinger schlucken gegen Mittelmaß-Team. Er macht das Tor. Hast du auch gesagt. Er ist, glaube ich, eigentlich auch Stürmer im Blut. Ich glaube auch, ja. So viele Tore wie Sesko. Also, Wahnsinn. Aber geklärte Bälle wirklich, Bro. Einmal ganz kurz, 26 Stück. Für die letzten vier Spiele. Gegen Hoffenheim muss ich auch geben. Kein. Steadwise ist er aber trotzdem. Aber der absolute Ballhawk. Ich fand, gegen Gladbach habe ich mir noch die Longballs angeguckt. Die kamen auch sehr, sehr gut an. Ja, also, er ist für mich trotzdem noch die Zweikampfmaschine der Leipziger. Ich weiß jetzt, für mich reicht das eine schlechte Spiel jetzt nicht aus über drei Superspiele. Ich finde die anderen drei auch nicht gut. Das vor vier Spielen habe ich nicht mit eingerechnet. Aber ich habe die letzten drei Spiele mir über ein Spiel angeguckt. Und ich fand den in allen drei Spielen nicht überzeugend. Es ist ja immer noch Elite. Also, wir reden ja immer noch von einem Elite-Spieler, aber nicht Weltklasse. Das sehe ich auf gar keinen Fall. Ja. Ich gehe jetzt nicht in die App rein, aber Punkte musste er abgeräumt haben ohne... Nö, eigentlich fast gar nicht. Der hat 111 Punkte mit Tor gegen Hoffenheim gemacht. Zieh mal das Tor, da macht er 20. Hoffenheim nehme ich raus. Und Hoffenheim nehme ich raus. Und mit den anderen Zweiten, glaube ich, gerade so einen grünen Balken gemacht. Aber das ist ja egal. Wir gucken ja nicht auf Kick-Base-Punkte hier. Wir haben ihn in den Klammern und wir gucken mal, wo das hinführt noch mit ihm. Ja. Alright. By the way, gegen BVB fand ich ihn auch grauenvoll. Auch wenn er 113 gemacht hat. Da wurde auch nur geschädelt. Gegen Gladbach, okay, ja. Aber das war einfach nur die zweite Halbzeit, wenn man da Ballbesitz hatte. Bis zum geht nicht mehr. Also, ich fand den letzten drei Spielen wirklich nicht gut. Aber ja, wir machen ihn in den Klammern. Und ich denke, der letzte wird stechen. Ich habe den guten Nathaniel Brown noch mit im Gepäck, der bei der Eintracht einen richtig geilen Job gemacht hat. Zwei Tore in den letzten drei Spielen. Jetzt auch im letzten Spiel wirklich überragend gezockt. Ich habe sogar überlegt, den höher zu packen. Und ich finde, der macht einfach ein richtig, richtig geiles Ding da gerade. Und deswegen Nathaniel Brown bei mir in Elite. Mit offen für Weltklasse, falls du ihn in Weltklasse hast. Lieb ich. Ich liebe die Argumentation. Er ist für mich der Freigeist, der Frankfurter. Er ist so, gegen Stuttgart kann er auch drei Dinger machen. Jupp. Wahnsinn. Der verkörpert für mich so einfach so Spiellust. Richtig geil. So wie du, unbekümmert. Der kriege ich richtig so einen geilen Weih beim Gucken. Ja. Ich habe dir auch mal die Schuhe geschnürt, Fußball. Ich kriege richtig Bock, eigentlich wieder auf den Platz zu gehen. Guter Mann. Nene ist auch mein Frankfurt-Brodi. Der muss hier rein. Wir packen ihn mal auf. Ich habe ihn wie du auf Elite. Und deswegen sticht er. Ich finde aber geil, deinen Flirt auf Weltklasse zu machen. Finde ich nice. Okay. Ich gehe nochmal auf Nebenmann. Dann habe ich nämlich Tutar. geklärte Bälle. Ist er die 5. Passquote Top 20. Abgefangene Bälle Top 20. Erfolgreiche Defensivaktion. Advanced Stat hier. Ist er die 2 overall. Also richtig krass. Spielt mittlerweile auch zentrales Mittelfeld. Zeigt auch, welche Klasse der besitzt. Also, dass der Polyvalent auch einsetzbar ist. Und auch auf welchem Niveau. Weil die Frankfurter auch auf einer Winning-Streak gerade eingetrudelt. Und er marschiert vorneweg. Touches clean. Für mich mittlerweile einer der Gamechanger des Teams. Und du hast ihn bestimmt auch auf Weltklasse. Aber ich habe ihn auf Elite. Und ich finde auch real taktisch. Schiebt er geil nach vorne. Und gibt mal Tutar auf jeden Fall hier einen Spot rein. Top 3 Most Football IQ in der Bundesliga gerade. Wenn er nicht Schiedsrichter anschreit. Weltklasse. Ich habe ihn höher. Ich habe ihn auch. Deswegen, das war mein Duell am Ende. Tutar gegen Orban. Und ich finde, Tutar hat die letzten 3 Spiele so clear besser performt als Willi Orban. Clear, clear, clear. Weißt du was? Ja. Weißt du was? KG10 Code gebe ich dir. Machen wir so. Wir machen Orban. Sticht. Let's go. Und Tutar, unserem ersten Mann auf Weltklasse. Ein Träumchen. Tutar, Orban, beide gelockt. Wunderbar. Ich will nur kurz einmal noch sagen, jetzt unabhängig davon, habe ich auch sehr viel über dieses taktische Element geredet jetzt in den letzten Spielen. Dass er halt die Klasse hat, diesen Hybrid 6er Slash im Aufbau rechter Innenverteidiger zu spielen. Das macht er so geil. Und das harmoniert auch noch so geil mit Collins. Und es gefällt mir einfach so gut. Der ist so crispy clean in allen Zweikämpfen. Der gewinnt dir alles weg. Der trifft fast immer die richtigen Entscheidungen. Super sicher mit Ball am Fuß. Ich finde Tutar einfach so geil, ohne Spaß. Der spielt eine Monstersaison, Mann. Es ist richtig, richtig krass. Ey, ich gebe dir das. Ich habe ja selber gemerkt, gerade hier bei einer Begründung, dass der ist einfach super sick. Und wenn wir nur nach Form gehen, der Form steigert, also Form ist ja eigentlich, das letzte Spiel muss ja eigentlich strahlen. Weil das ist ja Form. Ist ja aktueller als das Spiel vor vier Wochen. Ding, fair play, Mann. Und er hat auch den Run einfach. Sehr geil. Kerstin, wir können sortieren. Weil die letzten drei haben wir obviously gleich. Genau. Und das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Elite-Player und einen Key-Player. Und wir haben zur Auswahl. Mittelstädt, Tabsoba, Kassi, Rafa, Smeet, Orban. Orban müssen wir dann in... Ach nee, Orban, sorry, haben wir schon weg. Also Smeet, Rafa, Kassi, Tabsoba, Mittelstädt für die letzten zwei Sports. Wen hättest du am liebsten in Elite? Fangen wir mal so an. Also ich finde Maxi, Maximilian Mittelstädt, finde ich besser als die anderen. Ist für mich da am höchsten. Was sagst du? Ja, ich hatte ihn ja ursprünglich auch in Elite. Also ich gehe natürlich mit, aber ich war das, dass dir natürlich auch gerne. Maxi, Elite sticht. Jo. Bang. Und dann brauchen wir noch einen letzten. Und zwar Key-Player. Ich bin dir ehrlich, du kannst es dir frei aussuchen. Ich will nur nicht Erik Smeet, weil der hat es nicht verdient. Wir haben Tar jetzt gar nicht drin. Tar ist drin bei Key-Player. Den haben wir drin. Ah ja, Tar ist drin. Das heißt, wir haben die Wahl zwischen Tabsoba, Kassi und Rafa Guerreiro. Einer muss noch rein. Und du hast die freie Wahl. Können wir einmal nochmal sammeln? Einmal nochmal sammeln. Benze, Nico, Collins, Grimaldo. Grimaldo ist bei Elite. Ach, sorry. Grimaldo, Orban, Mittelstädt, Brown, Elite, Schlotty, Benze, Tar, Collins, Key-Player. Und einer fehlt noch. Sorry, wir müssen noch einmal ganz kurz. Elite, Grimaldo, Brown, Orban, Tutor, Maxi. Ich habe fünf Stück. Was ist hier los? Grimaldo, Orban, Mittelstädt, Brown. Ist Elite. Tutor ist Weltklasse. Ah ja, Tutor ist ja Weltklasse. Oh Mann. Sollen wir das rausschneiden? Kannst du ruhig cutten. Paralysiert hier. Nee, komm, lass mir drin. Hab hier nichts zu verstecken. So, dann, ja, finde ich gut. Und dann ein Mann noch, ne? Yes. Aus Kassi, Guerreiro, Smeet. Nee, Kassi, Rafa und Tabsoba sind die letzten drei. Smeet will ich nicht haben. Ansonsten hast du freie Wahl. Ich muss, Tabsoboss. Der Tabsoboss, okay. Finde ich disrespectful gegenüber Kassi, aber ist okay. Du mit deinem Kassi, Mann. Bias da, Alter. Nein, ich hab den ja nicht mal, hä? Tobias. Tobias. Das waren deine Calls. Ja, deine Calls, Mann. Hau doch deine Calls. Die waren ja alle drei meine Calls, Mann. Ich krieg ja eh noch einen übrig, der von mir genannt wurde. Aber ich finde, Kassi hat das so verdient, Mann. Ich meine deine Assist Calls, dass der dann confirmt hat. Wir machen Tabso's. Es ist 10 von 10, ich schwöre. Das ist so geil. Okay, Tabsoboss ist drinne. Und damit haben wir noch drei Spieler übrig. Und es sind drei Bayern-Spieler. Und jetzt kommt es einfach nur darauf an, wie wir sie geordnet haben. Hä? Drei Bayern-Spieler? Ja. Scherz. Gut. Nee, nee, nee. Da kannst du mich nicht pranken. Das wäre Zero-Ball-Knowledge, wenn das anders wäre. Ich glaube, ich weiß, wen du auf Legende hast und den habe ich dann nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben denselben. Okay. Dann fang mal an mit... Soll ich anfangen mit dem? Ja, hau raus. Mit dem, wo ich glaube, dass du ihn auch auf Weltklasse hast. Das ist natürlich mein Speedster und mein Freund auf der linken Seite der Bayern. Stich. Das ist Davis. Geil, Mann. Let's go. Und ich habe einfach ganz groß geschrieben, Spaß. Der verkörpert für mich gerade Spaß. Torjubel mit Coman habe ich da auch noch im Blick, wo er ihm den Pass zuspielt. Coman da mit so einem irren Freakshow-Tor. Und er schreit ihm an, danke für den Assist, Mann, Junge. Und dann haut er ihm dann, statscht er sich so hammereuphorisch ab, so nice. Jawohl. Und also, der spielt so für mich Vintage-Davis. Davis, gefühlt auch so Frimpong-Last-Year eigentlich-Season. Und also, Dribbling geil. Über krass. Torstchussvorlagen geil. Zweikämpfe gegen Pauli mega. Perfekter Pressing-Spieler mit Speed habe ich, also perfekt, wie Coman ihn liebt. Und ich muss jetzt einmal unten, eine Waschmaschine kommt jetzt, und ich muss sie einmal reintragen, mein Bester. Mach das. Das heißt, wir müssen einmal pausieren hier. Also, bis gleich, ne? Bis gleich. Nice, mein Lieber. Du bist wieder da. Ja, ich bin wieder da, Kesse. Mir geht's auch super, falls du das noch fragen wolltest. Also, Tobi ist wirklich mein kleiner Zauberbratte. Er sagt zu mir einfach, gar keinen Stress, Bro. Die Boys haben jetzt hier die Waschmaschine installiert. Perfekt. Ich bin jetzt Happy Man. Wir können jetzt schön wieder Wäsche waschen. Let's go. Jetzt kann ich wieder andere Klamotten anziehen. Top. Und ich wasche jetzt deinen Kopf und sag dir, wer die Legende ist. So siehst du mich aus. So, dann hau mal raus, mein Lieber. Ich bin gespannt. Es ist natürlich Kim Min Jae. Der aktuell, meiner Ansicht nach, beste Innenverteidiger und generell der beste Verteidiger der Bundesliga. Ich finde ihn noch mal krasser als Dayo, obwohl ich Dayo liebe, das weißt du. Aber Kim ist einfach so dermaßen krass in allem. Ich finde ihn irgendwie dieses Jahr, gerade jetzt in den letzten drei Spielen, noch mal diesen kleinen Edge besser am Ball. Noch mal den kleinen Edge sharper in allen Zweikampfaktionen. Und er gefällt mir einfach, also beide. Upa und Kim sind für mich mit Abstand clear die zwei besten Verteidiger in der Liga. Mit Abstand hier in unserer Pyramide. Wenn wir die Spitze teilen könnten, wären beide drin. Aber ich finde Kim noch mal den kleinen Edge besser. Sticht. Geil. Lieb ich, Mann. Let's go. Ja, du hast es auch geil beschrieben. Ich habe auch da im Tool natürlich, unser Advanced-Dead-Tool. Er ist Mr. Spielaufbau, hat die meisten Pässe innerhalb der eigenen 60 Meter. Da hole ich dich auch übrigens Zeit nach rein in das Tool. Und er ist die absolute Goldmaschine im Bereich Zweikampf. Wahnsinn. Und ich habe mir mal die Touches angeguckt. Der hat immer so 120 Touches im Schnitt. Das ist mega gut. Und ich habe mir auch noch aufgeschrieben, der Kastenmann kastriert. Du hast immer Kastenmann genannt. Überkrass. Auch der Eitest. Also der ist einfach so eine stabile Maschine. Man muss dazu sagen, er hat eine krasse Passquote. Auch in den letzten Spielen nie unter 93 Prozent nach Hause gegangen. Klar, die letzten Gegner waren aber auch Fahrkarten. Muss man auch dazu sagen. Daher auch wenig Risikopässe. Ja. Du musst die Pässe aber trotzdem spielen. Und als ich dann am Dienstag auf dem Sofa lag und wir das Video ja nicht record haben. Und er hat auch noch das Siegtor-Knips gegen Parigi. Ey, Mann. Ich hatte ja auch die ganze Zeit schon eine Legende drin. Und er macht ja abends die Gute. Und ich dachte so, nee, jetzt wird das so aussehen, als hätten wir den da nie drin. Das hat mich auch so geärgert. Wirklich nicht so dumm. 100 Prozent. Genau mein Gefühl. Und klar ist das auch ein Keeper-Fehler, Bro. Klar. Aber du musst da halt auch stehen und musst dich auch genau so da reinwuchten. Ja, ja, genau. Deswegen habe ich einfach nur der Legendenschrank geht hoch. Herr Kim. Genau. Nehmen Sie Platz. Unsere Legende. Und Upa, würde ich nochmal ein, zwei Sätze sagen. Krank. Herr Upa ist der Tick, so wie du es hattest, der zwei, drei, vielleicht ein Prozent schwächere Kim im Bereich Boden- und Luftkämpfe. 100 Prozent. Zweitmeisten Pässe im Spielaufbau. Das passt da auch. Und sonst ist er aber immer noch über Orban. Na gut, Orban haben wir jetzt auch da gar nicht mehr gerankt. Aber ich sehe ihn auch nochmal auf dem Level von Upa. Gut, auch die haben wieder, muss man wieder anders bewerten. Weil Davis ist natürlich Frontrunner und mehr der Vorlagengeber. Und Upa ist natürlich mehr die Zweikampfmaschine. Aber Upa auf jeden Fall einer der besten Männer hier auf Weltklasse. Also gefällt mir auch super gut. In allen Belängen. Der kriegt auch garantiert unseren Pick, meiner Ansicht nach. Den muss er bekommen, weil er ist so clear der Beste davon. Es ist zwischen Kim und Upa unglaublich close, aber zwischen den beiden und dem Rest ist es überhaupt nicht close. Ich habe auch im Podcast, glaube ich, am Montag gesagt, dass ich behaupte, dass Kim und Upa aktuell die beste Innenverteidiger du der Welt sind. Was willst du gegen die machen? Die können alles. Das ist so krass. Liegt die beiden einfach richtig, richtig stark. Und du hast gestern zu Paul auch gesagt, das beste Team der Welt. Da würde ich gerne mit dir noch weitergehen. Du sagst auch, Bayern wird Safe-Meister? Ja, also nicht mal annähernd knapp. 100 Prozent. Ja. Ich bin auch gerade komplett dabei. Und ich habe auch gesagt, dass Ulisse das entscheidende Tor in der Champions League spielt. Stimmt. Da gehst du auch mit mir immer noch, ne? Das war ein sehr, sehr früher, aber meiner Ansicht nach sehr, sehr geiler Call. Der hat mir richtig gut gefallen. Und Champions League ist da auch sehr valide, ne? Ja, aber Champions League ist halt immer ein bisschen random so. Da kann halt immer viel passieren. Deswegen da weiß ich nicht, ob sie das Ding am Ende holen. Aber Liga, es wird nicht mal knapp. Es wird nicht mal knapp. Die werden alles auseinandergeschraubt. Ich schaue nicht. Genauso wie Min Jae und Upa unsere Pyramide hier auseinandergeschraubt haben. Mit Davis sogar noch Upfront im Speedrunner. Und damit würde ich sagen, Tobi, war mir wieder eine Freude. Ich gehe jetzt, Speede jetzt in die Grafik und gucke mal, dass wir da den sechsten Mann einheitlich rangiert bekommen in die schöne Ansicht. Mach das. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir. Hat mir wieder Spaß gemacht. Wir müssen auch schnell picken, mein Bester. Wir müssen picken. Das ist ganz wichtig. Du wärst dich freuen auf einen kleinen Alli-Palli-Finger, der hier immer durchs Bild gewerbelt ist. So, genau. Wir picken mal und ich finde ja Nico so geil. Ich muss hier mit Nico Williams Schlosserbeck. Das ist mein Mann. Ich nehme Collins, ich nehme Collins. Entschuldigung, ich gehe nochmal raus. Ja, den wollte ich nehmen. Sorry, ich muss Frankfurt-Brodi. Ja, sorry, Bro. Ich wollte auch gerade sagen, ich mache hier Frankfurt-Connection. Ich nehme sowohl Collins als auch Nathaniel Brown und nehme die beiden Frankfurter. Also in Elite und in Keyplay jeweils den Frankfurter genommen. Muss ich leider mitgehen. Lüfte ich mal hier ein bisschen meine Challenge für die Bundesliga. Da sind die beiden nämlich auch mit am Start. Deswegen nehme ich die beide auch. Und dann gehen wir auch beide auf UPA. Dann sind wir dreimal Same Lane. Das haben wir noch nie gehabt. Premiere. Geil. Aber ich fühle das auch. Ich fühle den Frankfurt-Spirit. Ich finde die beiden so geil. Die sind beide Brutjunk. Collins auch BVB-Junk gezockt. Und kommt jetzt U-Nazios und alles. Und macht sich da. Und Brown kommt auch. Nürnberg. Und der hatte schon eine saugute Vorbereitung. Und da haben wir den auch schon in meinen Vorbereitungsvideos, da habe ich auch mit dem Tool gespielt. Da haben wir auch schon gesagt, der hat einen validen Shot auf Stammspieler. Stark. Habe ich gar nicht auf dem Fettler gehabt. Ja, ich weiß gar nicht, was gegen den sprengt. Ich hatte ihn dann auch früh eingepackt, so für vier, fünf Millionen. Und da hat er halt keine Playing-Time bekommen. Und was willst du mit dem Spieler, der da nicht spielt? Klar, kannst du believen. Aber jetzt macht es halt Spaß zu believen, weil der performt dann auch noch so geil. Und, ach Mann, ich habe so Bock auf die Frankfurt-Spiele. Und ich glaube, die werden richtig gut dastehen zum Winter. Und lass mal gucken. Also Champions League mit der Frankfurter Büffelherde da. Also macht mir mächtig Bock, muss ich sagen. Ich gehe auch am Sonntag rein in der Champions League mit Tutor und Theat. Und ich habe so Bock auf das Game. Generell aktuell Frankfurt-Defensivspieler oder Iki Tikeo Mamush. Und du hast einfach ein geiles Wochenende. Geil, Mann. Ja, ich glaube, gegen Heidenheim, da werden die Punkte krachen. Da kommt nicht viel, aber da kommt zu null. Zu null. Aber ich glaube auch, da kommen viele Tore vorne raus. Echt? Ich nicht. Ich sage, ich habe 1-0 getippt. Okay. Aber ihr hattet ja gestern Heidenheim auch im Podcast. Jetzt schweifen wir wieder ein bisschen ab. Übrigens Fernschuss-Pod gerne abchecken. Sehr geiler Podcaster. Wenn dann auch mal hoffentlich bald wieder auch alle gesund sind, dann wieder in der Dreierkonstellation. Ja. Aber da habt ihr ja auch gesagt, dass Heidenheim auch ein bisschen auseinanderfällt. Und das ist halt auch genau mein Downfall-Gedanke und Gefühl, den ich gerade habe bei Heidenheim. Wird dann doch ein bisschen viel alles mit Conference League. Und jetzt kommen die Frankfurter Gang, Gang-Member. Und die sind schon weaponed. Also das wird eine heiße Angelegenheit. Aber vielleicht wird es auch nur ein Cold-Blooded 1-0-Schmuggelsieg wie gegen die Bremer. Haben sie auch richtig. Yes. Wie im Stile einer Spitzenmannschaft, muss man ja auch sagen. So sieht es aus. Genau das ist mein Call. Dreckigen Wins ziehen. Nein, jetzt mal besser. Kassel, es war mir eine Ehre. Es hat wie immer Spaß gemacht. Nächste Woche Mittelfeld wieder, oder? Wir gehen Mittelfeld. Oder wir könnten Freestyle. Ist das schon wieder die Freestyle-Folge? Ich glaube, es ist die Freestyle. Ich weiß nicht. Wir haben, genau, Breakout und wir hatten Transfer. Und jetzt wäre mal wieder Zeit für einen in den Kommentaren zu sagen, was er denn gerne hätte. Und dann würde ich sagen, können wir das machen. Wenn da nichts Heißes dabei ist, würde ich auch alternativ aus Mittelfeld zurückgreifen. Perfekt. Hört sich super an, Kassel. Dann machen wir das. Perfekt. Und dann wünsche ich dir und den Zuschauern, Hörern, wie auch immer, eine geile Woche. Nice, mein Bester. Dann würde ich sagen, mach's gut und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, mein Wies. Ciao. Min Jae Kim, die Legende unserer Pyramide. Und wir hatten noch weitere. Wir haben einmal hier BVB gegen FCB. Topspiel, check. Alles, was ihr zum Kassenschlager wissen müsst. Und dann haben wir hier noch die Sleeper der Woche. Und damit wünsche ich euch einen schicken Donnerstag. Tschüss. Wir sehen, wie auch ein Hahaha. Tschüss.